Mitten in der Nacht, als wenn man Flugzeuge nicht auch tagsüber abholen könnte. Aber nein, wir müssen ja unbedingt für unsere Flugzeuge in Italien bestellen. Jetzt müssen wir vier Stunden 15 über die Alpen rüberfliegen nach Neapel. Neapel, das ist ja irgendwo bei Neapel. Naja, wir fliegen mit Michaels DA42. Der Michael ist der Pilot, der Achim fliegt noch mit, der Sebastian. Und ja, ich dokumentiere das Ganze. Und das Wetter über die Alpen soll ja auch nicht so toll sein. Gucken wir mal, was sich so heute alles ergibt. Wir sehen uns. Bis später. Ciao. Guten Morgen. Guten Tag, Mario. Was ist heute für ein Tag? Heute ist der 5.11. Ja, und was? Heute ist Techn am Tag. Wow, was machen wir heute? Heute gehen wir die Maschinen übernehmen. Ja, cool. Und es wird auch gleich losgehen. Wir werden unser Lunchpaket das mal abholen beim Albert, damit wir unterwegs was zu futtern haben. Wir werden ungefähr vier Stunden 15 uns verkneifen müssen, auf Toilette zu gehen. Hier ist der Bottoilette. Wir hatten uns ein bisschen, aha, wir hatten uns ein bisschen über die Alpen quälen, Vereisung angesagt heute. Vereisung angesagt, ja genau. Minus 36. Das ist der, das ist der Travel John, ja, der Moderne. Ja, dann nehmen wir den mal mit und dann geht's jetzt los. Morgen. Morgen. Und? Moin. 7.30 Uhr, 5.11 Uhr. Viel zu früh. Was ist heute für ein Tag? Dienstag? Dienstag. Italien-Tag. Frecken am Tag. Guck mal. Alles gut? Ja, klar. Vier Stunden 15 jetzt? Vier Stunden 15, das ist ja Wahnsinn. Vier Stunden 15, das heißt in Italien und jetzt sagt sie. Die Uschi, die Jutta. Ne, das darf ich jetzt nicht laut sagen, weil das kommt nachher im Film. Ja, klar. So, das können wir nicht sagen. Sag mal, Alex, sag mal, hast du eigentlich irgendwas mit Fliegen zu tun? Ich, ja, ich fliege unheimlich gern von hier nach, keine Ahnung. Wie wäre es mit Neapel? Italien, Pizza, Pasta, Technam 2008. Wann? Heute, jetzt, 7.30 Uhr. Ist jetzt? Ja. Kofferpacker. So, jetzt machen wir hier mal gucken. Hast du Headset dabei? Ja. So, das A-Team. Das A-Team. Das A-Team. Jetzt geht's los. Es geht los. Italien, Neapel, Technam. So, schau mal. Pizza, Pasta. Bei uns startet schon heute Morgen der Schulbetrieb. Aha. Guck dir das Mädchen an, bald wird's ersetzt. So hat es eins geklungen. Und es wird anders. Aber es wird schöner. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. To Nerpel, to Capua und Salerno. Wer freut sich alles? Ja, ich. Wir brauchen Sauerstoff. Ja, ganz sicher nicht. Wie hoch? Ja, vielleicht nicht. Ich stehe es mal gut. Ich will ein Schlimmchen hier reichen. Morgen, morgen. Das Flugbett ist ein bisschen gemischt. Heute Morgen hier ist natürlich Blue Sky, ganz klar. Aber über dem Alpenhauptkamm, da haben wir eine Menge Staubewölkungen. Das heißt, da werden wir auch ein bisschen mit Icing zu tun haben. Wir werden so hoch es geht fliegen, dass wir ungefähr die minus 20 Grad bis minus 25 Grad vielleicht bekommen. So auf Flugfläche 180 müsste das möglich sein. Dann dürfte das Icing relativ gering sein. Wir fliegen über München, dann Alpenkamm rüber nach Venedig. Von Venedig raus, weiter dann die Adria runter, Ancona. Von Ancona nach Pescara. Und Pescara dann über die Erbwurzen rüber nach Salerno. Und Pescara dann über die Erbwurzen rüber nach Salerno. Und Pescara dann über die Erbwurzen rüber nach Salerno. Und Pescara dann über die Erbwurzen rüber nach Salerno. Und Pescara dann über die Erbwurzen rüber nach Salerno. Pescara dann über die Erbwurzen rüber nach Salerno. Pescara dann über die Erbwurzen rüber nach Salerno. Ich bin total aufregend. Es ist immer wieder spannend. Es ist immer schön zu sehen, wie die Kunden eine Freude ausstrahlen, wenn ihr eigenes Flugzeug hier steht. Jedes Mal leuchtende Augen? Jedes Mal. Jeder fasst es an? Ja, jeder kontrolliert, jeder freut sich, jeder spielt, wie die drei Hirte schon ein Flugzeug schickt. Ist eine tolle Sache. Macht immer wieder Spaß. Und? Wie fühlt es sich an? Ein und frei. Neu. Wie fühlst du dich? Etwas geschafft. Ja. Ja. Ich meine, dass die Ventilpropeller hier nicht auch noch die Farbe angefasst haben. Michael. Dass die doch nicht so zusammenspielen. Ich bin immer begeistert. Also das ist ein ganz erhebender Moment, wenn man ein werksneues Flugzeug im Delivery Center abholen darf. Wenn man das begutachten darf. Und davon, dass es das erste Mal die Hand nimmt, das ist schon was Besonderes. Und im Prinzip dieses Feeling, irgendwie diesen Spirit hier einfach mit nach Mannheim bringen und unseren Mitgliedern auch zur Verfügung stellen. Ich finde, das ist was ganz Besonderes. Diesen Zustand werden wir so nie wieder sehen. Und das wird viele Jahre dauern, bis wir das wieder neu haben. Das muss man mal so gefühlt und gerochen haben. Das ist was ganz Besonderes. Ne? Ich bin sehr froh, dass ich das machen darf. Und sehr schön. Herr Präsident, es ist ein Freude für uns, dass Sie das machen. Es ist ein Freude für mich. Vielen Dank. Es ist ein Freude, dass Sie als Teil der Firma haben. Ja, danke. Es ist ein Freude, dass Sie hier sein. Und dass Sie das erste Mal beantworten. Und dass Sie sich einer der ersten sein. Das ist sehr interessant. Und Sie unterstützen Sie in dieser Beziehung. Und Sie unterstützen Sie und Ihre Freude. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist er. So sieht er aus. Jetzt ist er uns. Martin, du bist ja jetzt so ein altgedienter Flieger. Du hast ja tausende von Flugstunden. Du hast ja wirklich die Welt gesehen in großen und kleinen Flugzeugen. Hast du das schon mal gehabt, so wie hier? Fliegerabholen? Ich muss ehrlich gestehen, ja, dieses Jahr. Die DA42. Ja. Aber es ist immer wieder ein erhebender Augenblick. Das ist mein zweites Mal ein neues Flugzeug. Anzufassen und ausgeliefert zu sehen. Einfach was Besonderes. Das hat man immer sehr selten erlebt. Sorry. Man sollte fast wenigstens und dankbar sein, dass man das miterlebt. Komm, das kommt doch noch. Die ersten zwei Stunden. Komm, das ist mein Kopf. Endlich, das Flugzeug wird zum Abnahmeflug rausgezogen. Was machst du da? Testflug. Aha, Testflug. Testflug, okay. Ich bin aufgeregt. So. Tatsächlich. Aber wir haben einen Schlüssel. Ja, komm, schau mal. Das ist wahrscheinlich der Richtige hier. So. Das erste Mal. Okay. Schlüssel steckt. Master. So, Master. So ist der Master. So ist der erste Flugzeug. So ist der erste Flugzeug, der Peter das nicht? Nein, das ist der zweite oder der dritte Flugzeug. Aber es ist, lass mich sagen, halb ein Jahr ago. Okay. So, bye-bye für den Moment. Guten Flug. Have a nice flight. Danke. 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 Was machen wir heute? Um was geht es heute? Wir nehmen jetzt den Flieger nochmal genau unter die Lupe, weil das ist ja die Abnahme. Und gekauft wie gesehen. Das heißt, wir schauen euch das nochmal alles an, dass alles richtig zusammengebaut ist. Also praktisch ein sehr gründlicher Check von Motor und Zelle. Genau. Das ist nichts. Das heißt, wir schauen es aber trotzdem ganz genau. Insbesondere auch so an Spalten, ob das alles sitzt, ob auch die Türen ordentlich sitzen, ob die Sitze ordentlich sich bewegen lassen, ob die Verriegelungen einwandfrei funktionieren. Also halt einfach alle Details, die uns nachher im Betrieb eine Menge Ärger bringen könnten. Denn wenn zum Beispiel irgendwas nicht durch eine einsässige Werft gemacht werden kann oder die Werft sagt, pass auf, oder auch der Hersteller sagt, wir können das bei uns im Werk wieder richten, dann würde das immer einen 6,5-7 Stunden Flug bedeuten. Und das kostet verdammt viel Geld, dann hierher zu kommen. Und das ist jetzt die Chance, dass wir versuchen einzufangen das Ganze. Und das ist unsere Hauptaufgabe hier. Und die müssen wir heute hier lösen. Und das ist auch wirklich gut funktionieren. Mit warm, ja. Die Spritleihung hier steht schon unter Spanien. Richtig schwierig, das Kabel hier. Die machen den Deckel hier da drauf. Die wollen nämlich nicht, dass ihr das macht, weil wenn du jetzt irgendwas verkratzt, müssen sie es neu lackieren. Wenn die es selbst verkratzen, müssen die es neu lackieren. Aber deshalb, es war vorhin... Reiß mich nicht drum. Nee, passt super. So Leute, dann sind wir soweit. Dann packen wir jetzt zusammen. Auf nach San Erno. Wir nehmen Patrizia mit. Wir nehmen Patrizia mit. Wir haben hinten noch ein bisschen Platz. Als Organisator. Und du kannst jetzt anstelle der kleinen Tasche vom Maik da hinten mit irgendwo... Das ist eine Pizza. Aber nicht hier, sondern mal dann. Die beiden. Okay, sehr gut, gut ausgewählt. Ja, war so schön. Ich war ja auch nicht da. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne. So, dann herzlich dich jetzt und dann sind wir weg. Ja, alles klar. Macht's gut. Wir haben einen schönen Tag hier. Und heute sind wir nicht auch dabei. Ja, klar. Tschüss. Kommst du nach Hause. Tschüss. 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 Schwer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.